Willkommen zurück hier bei Let's Play Dead Space und wir müssen schnellstmögliche rauskommen. Achtung, kritisches Versagen der Treibstoffeinwärmung. Sofortige Evakuierung des Schiffes. Ja, in der letzten Folge haben wir ja Hammond verloren. Und jetzt bleibt nur noch ich übrig sozusagen und diese nette Frau, die uns immer über Funkanweisungen geht. Achtung, kritisches Versagen der Treibstoffeinwärmung. Sofortige Evakuierung des Schiffes. Und ich hoffe mal, dass wir hier ganz schnell rauskommen. Ganz schnell. Achtung, kritisches Versagen der Treibstoffeinwärmung. Sofortige Evakuierung des Schiffes. Komm schon. Geh auf. So, Moment, wir müssen orientieren hier. Zack. So, wo müssen wir hier lang? Ah ja, dort lang. Okay. Zack. So, und jetzt schnellstmögliche weg. Ende der Schwerelosigkeit. Ja, bloß speichern kann ich. Ah, nee, es war gar nicht der Speichelpunkt. Na komm. Geh auf. Jetzt schnellstmögliche weg. Ich will hier nur noch weg. Scheiß-Drecksfücher. Ja. Ah, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Kapitel 9, Tod bei Ankunft abgeschlossen. Fortschritt speichern, ja. Klar wollen wir speichern. Nehmen wir mal den Speichelpunkt und, ja. Kapitel 10, das Ende aller Tage. Und das klingt, als wenn das Spiel bald vorbei wäre. Bin ich ja mal gespannt. Puh, dann mal auf ins letzte Kapitel von Dead Space 1. Ich hoffe mal, es kommt kein großer Endboss mehr. Das wäre ein bisschen Mist, muss ich sagen. Na, sag mal, wie lange braucht denn das, um zu laden? Ein Shop wäre erstmal gut, damit ich mich nochmal voll ausrüsten kann. Ein bisschen, ein paar Medi-Packs kaufen kann und Munition. So, wir warten. Isaac, ich habe das Shuttle gefunden von dem Hemmensprach. Scheiße, nicht gut. Das Shuttle ist tot. Jemand hat die Navigationskarten entfernt. Gott weiß warum. Insgesamt sind es drei, die auf dem ganzen Deck verstreut sind. Ich lade ihre Positionen runter. Ich kann von hier aus nicht auf die Türen zugreifen. Du brauchst also einen Schlüssel der Crew. Wenn du alle Teile findest, können wir das Shuttle wieder flott machen und verschwinden. Okay, also muss ich nur noch, nur noch diese scheiß Schlüssel finden. Und dann können wir hier abhauen. Okay. Erstmal gucken. Wie viele Credits haben wir? 2000 Credits. Halbleiter Diamant. Kann man verkaufen. Ach Mist, da fehlen uns ja... Da fehlen uns ja nur noch ein paar. Naja, egal. Wir müssen uns erst auf jeden Fall erstmal ein paar Medikits kaufen. Scheiße auf die Rüstung, die ist eh... Oder wie viel kostet die... Wie viel kostet die Rüstung? Die Rüstung kostet... 35.000. Ne, das schaffen wir eh nicht mehr. Ein paar Impulsprojektile und ein bisschen Plasma-Energie. So, dann ein Medipack-Klein, Medipack-Mittel und zwei Medipacks-Klein noch. Sehr gut. Dann benutzen wir das mal und ich denke mal, wir werden unserem lieben Freund, diesen Dr. Mercer, werden wir sicherlich auch nochmal begegnen. Vor allem, weil das hier so christlich oder hier von dieser Sekte so angehaucht ist, müssen wir auf jeden Fall nochmal mit dem reden. So. Textlock nehmen wir mal auf, aber können wir eh nichts machen. Unsere Knoten könnten wir nochmal verarbeiten. Na? Also mal... Ach, leck drauf. Hier, so. Können wir uns nochmal die Werkbank angucken, was wir machen können. Also ich probiere nochmal, was mit der Rig zu machen. Luft können wir bloß, okay. Plasma-Cutter. Gehen wir mal... auf Schaden. Ach so, verdammt. Verdammt. Ja. Auf Schaden und bei dem Impulsgewehr gehen wir auch mal... vielleicht auf Kapazität. Ja. So. Läuft auf jeden Fall. Dann kann das Ding jetzt 100 Schuss fassen. Das Ding kann 12 Schuss fassen. Aber immerhin ist es viel stärker. So, dann speichern wir nochmal. Und ihr hört auch im Hintergrund dieses... Ding, twinkle, twinkle, little star. Aus der allerersten Folge. Das lustige, farbenfrohe, überhaupt nicht brutale Intro. Aus der ersten Folge. An welchen Hoffnungsschimmer klammern Sie sich, wenn alles um Sie herum hoffnungslos zu sein scheint? Dr. Cross war eine wahre Gläubige. Sie hatte Vertrauen und wartet jetzt auf Ihre Transformation. Ihre Wiedergeburt. Sind Sie bereit, aufzuerstehen, Mr. Temple? Natürlich sind Sie das. Haben Sie keine Angst. Sie werden bald schon Ihre Rolle erfüllen. Werden Sie Zeuge der Überführung eines wahren Gläubigen! Sie sind bereit, nehmen Sie sie an, heißen Sie sie willkommen! Irgendwie habe ich keine Lust. Ist es dieser Tempel von Tempel Run? Die... Batsch, 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 batsch... Vollecklich, Aldi. Bitte warten. Klar, Alfen. Was geht denn jetzt hier ab? Ich habe Angst, dass die Viecher auferstehen, dass er denen irgendwas da gespritzt hat. Wo ist denn der Kunde hin? Den müssen wir auch nur vor und alle machen. Okay. Okay. Mmm. Yum, 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 yum. So. So. Klingt nicht gut. Ist auch nicht gut. Andy's Landy. Das ist wirklich ein kleines Bass-Sabel, ey. Meine Fresse. Zu oft zu lag. Das ist glaube ich. Meine Fresse. Oh Gott, das will ich nicht. Diese Viecher. Hilfe, 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 Hilfe. Energieknoten ist gut. Kann man auf jeden Fall machen. Aufgabe erfüllt. Sehr schön. Fehlen bloß noch zwei solche von den Karten. Wir hatten ja eine schöne, gemütliche Bar hier, was? So. Jetzt müssen wir wieder hoch. Okay. Jetzt müssen wir da raus, wo das Vieh vorhin war. Ah, jetzt fliegt er draußen ein Flugzeug rum. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Mr. Clark, ich muss mit Ihnen reden. Ich bin ganz in Ihrer Nähe und ich weiß, dass Sie es interessieren, was ich zu sagen habe. Ich kann Ihnen alles erklären. Ich weiß, was passiert ist. Wenn Sie die Navigarten haben, werde ich Sie in die Sicherheitsstation lassen. Wir müssen reden. Beilen Sie sich. Hallo? Ist wahrscheinlich wieder weg. So, rechts rum. Ach, das mal. Ich bin trache. Ich bin ordered. und verdammte Axt diese eklischen Dinger ey so so jetzt haben wir hier ein bisschen was sehr gut ausgerüstet ist dann mal weiter hier ach ne wir müssen hier gar nicht lang auch gut ich hab mich schon gewundert warum das hier so freundlich aussieht wir müssen da lang so ich bin wirklich mal gespannt was hier mit dieser freundin von Isaac ist mit dieser nicole die lebenserhaltungssysteme im schlafblock b wurden ausgeschaltet die klingt nicht gut klingt auf jeden Fall nicht gut wo ich sehe nichts ich sehe nicht das leckt übelst was ist denn das k schweizleck habt ihr das gesehen in diesem verkackten Drecksleck hat es mich jetzt hier aufwischt, ey. Mann, ey, so ein Scheiß. Am Anfang sehe ich da nichts, weil da irgendwie ein Bug ist und dann zieht mich dieses Scheiß-Drecks-Mistvieh noch rein, ey. Ich glaube, es hackt wo. Mann, ey. Gott ist mich das an. Na komm, mach doch mal hin, du Scheiß-Ladebildschirm, ey. Das ist wirklich das Schlimmste, was ich bis jetzt gesehen habe, diese Scheiß-Zentakeln, weil man ist immer so behindert im Schießen, muss ich sagen. Oh, mach doch mal hin. Dieser Ladebildschirm ist aber unewig, ey. Ich raste hier gleich komplett aus, ey. Scheiß, ey, ich könnte ausrasten. Na, mach hin, alter. Hallo, Ladebildschirm. Das ist der längste Ladebildschirm, den ich bis jetzt hier überhaupt gesehen habe in diesen ganzen Spielen, die ich bis jetzt jetzt blöd habe, ey. Die Lebenserhaltungssysteme im Schlafblock B wurden ausgeschaltet. Du brauchst eine Überbrückung, um zur Tür zu kommen. Klar, scheiß Überbrückung, ey. Was noch, nee, noch alles, ich muss diese scheiß Koppen finden, und wir speichern kurz mal. So, die erste nehmen wir an und speichern. Na gut, liebe Freunde, dann würde ich mal denken, probieren wir das dann in der nächsten Folge nochmal mit diesem Kentakel-Dingens da und mal gucken, wie weit wir da der Freiheit näher kommen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.